hallo menschen willkommen zu portal 2 mein name ist dann die robot lp ich bin method mario master und wir begrüßt euch sofort zwei testkammer ob die dritte testkammer ist da oben nur das problem ist wie kommen wir dahin da ist das sprungplatte wie kommen wir dahin das war was da ist vier da unten rechts das vier aber wir müssen nach dahin ich verstehe kommen einfach durchs portal oder doch nicht ne warte moment also diese brauche hier nichts war das nicht diese ja genau diese bonus räume da wollen wir nicht hin dieser ort wo wir gerade sind halt so ein habrauch irgendwie ja so ziemlich da können wir die dann ausgehen weil da ist 1 da ist 1 da ist zwei da oben ist die drei und da ganz unten ist die vier wann es nicht glaube ich fünf so viel ist letztes mal rausgefunden haben lassen sprung müssen da ein bisschen da müssen wir dann warte mal ich habe eine idee wir sind am ziel angekommen auf geht's zeit für mehr wissenschaft natürlich wir sind hier natürlich unterwegs im dienste der wissenschaft und der technologie ja wir nutzen die technologie diese strecke wurde von den menschen erschaffen und dann aufgegeben wie so oft schaffen sie etwas wundervolles und lassen es dann fallen wisst ihr warum sie diese strecke aufgaben so tödlich die gebrechliche menschen irgendwie auf die andere seite das scheint mir eine art brücke zu sein wofür fühlt sich ja also an auf einer von der laserbrücke zu laufen das hat ziemlich riskant was er gerade getan hast ja ich bin mann der wissenschaft ich weiß was ich tue wenn man mal erwartet nicht aber ich weiß mach du da ein da jetzt genau da kommen wir hin ich habe da gar nicht gesehen dass so eine sprung hatte war ich merke schon wir müssen da oben einen ball hinbringen oder müssen wir die brücke dahin bringen ja ja warte mal wenn er da hoch springst du musst dann aktivieren so jetzt guck du was du da machen muss das knopf dann drücke den knopf irgendwie wie ich darüber komme die brücke irgendwie verschwinden lassen ich komme sonst nicht runter kann ich nicht wenn ich darauf springen verschwindet hat ja heute sage ich kann da nicht alleine hochgehen wissen du da stehe hier oben die brücke hier muss weg ich komme hier nicht durch weil da ist nämlich der knopf wo ist der knopf direkt unter mir wenn die brücke jetzt verschwindet kann ich in diese nische rein fallen aber aber halt die brücke wo ich jetzt gerade drauf aufstehe ist mir im weg ach so da gehen wir da durch ich hab da jetzt ein dinge gemacht da ist der schalter nein nein jetzt bin ich runtergefallen und warte ja ja könnte aber ich meine ja da kannst du dann gehen genau ja ne macht da am blauen oder macht da unten direkt wo du hin muss ja 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 ne äh warte mal jetzt jetzt musst du wieder was neu ist da ein ding zu fangen kann äh auch gar muss ich jetzt nochmal machen äh 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 doch 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 ich komme da nicht jetzt kommt er die bälle runter was mache ich mit dem ball der ball muss dahin aber nicht so nach da doch klappt hat mich hat hier kann sein annehmen von hier aus so hoch wenn ich heute wenn ich das hier wenn ich hier eine brücke machen knallt er nicht dagegen ist aber nichts machen ja genau macht hat aber nachdem das ding hier da oben ist nachdem der ball an meiner brücke abprallt dann hältst du den mit deinem ding da fest da muss auch irgendwie da hinkommen oder ein bisschen tiefer ich verstehe irgendwie nicht wie diese brücken funktionieren warum ist meine jetzt verstehe jetzt nicht wie funktioniert diese brücke hatte ich muss mal ein für dich machen nein warte mal so jetzt ist die brücke weg also mein wieder weg gemacht die brücke muss ja da sein die muss ja den ball abhalt damit er da oben dann kommt wenn er wenn er da oben dran kommt dann geht er kaputt ja und du musst eine brücke genau darunter machen während der an der obersten abprallt sozusagen damit er nicht damit den aufsammeln kann jetzt habe ich es verstanden ich muss muss deine brücke in entfernen und dann schnell meine daran machen meine muss nicht entfernen ach du kannst gar nicht die machen kann die gar nicht machen weil deine weil die brücke ist jetzt gerade mit deinen portalen verbunden machen wir es mit meinen portalen verbunden seien man da ein portal macht ein bisschen tiefer damit da oder drauf gehen kann da geht gar nicht mehr geht gar nicht nicht du musst du eigentlich nur nur versuchen da mit dem ball irgendwie da hoch zu kommen ach ich muss mit dem ball genau ja du musst mit dem ball ja zu mir kommen also du musst deine brücke weg machen genau ich muss muss sie wieder erscheinen lassen genau ein lassen wenn das wäre dann halt so ok warte mal moment macht eine weg bin jetzt bereit ok dann 321 los ich gebe euch einen tipp es ist die eine sache die ihr nicht könnt denkt fühlen wenn sicher ich weiß nicht Massachusetts ich hätte dieser alten test könnten mir wieder ein wenig freude bereiten doch selbst nur angestrengtes versagen beglückt mich nicht warum klar dass so gemein ist ich habe die stufe nicht gesehen von dem ding wenn ich rumschießen eine bocke hält uns ja genau deswegen mach du erst mal lieber kannst du es besser als ich da geht es mal weiter wie ist ja nichts mehr da muss man da oben eine hinpacken ja kommen wir auch nicht da hoch darauf zu schießen dann da oben jetzt habe ich herumschießen in bilder das ist ja dass ich jetzt kann noch mal darum geht gar nicht höher jetzt komme ich hier nicht vorbei danke ich sollte nicht darüber kommen also da kannst du portale machen aber wir kommen darüber kannst du da auch hin zu machen nein nützen ist das wo sie wären jetzt und da geht es weiter da geht es weiter jetzt musst du nämlich da dein portal hinsetzen dann gehen wir zurück ja warte ja jetzt mal hier dein portal hin kommen jetzt nach dahin und da kommen wir ja jetzt dass wir jetzt dass ich mal durch sich gesetzt habe das da steht muss ja eigentlich immer nur das letzte reinpacken genau da oben ich weiß entfernen wo ist mein gelbes gerade mein gelbes ist da irgendwo aber irgendwie ist das mit nichts verbunden aber ich hoffe wir sterben jetzt nicht müssen wir jetzt raus hier ist der ausgang also glaube ich ich glaube ich mache ich das noch mal control steuerung nur ein nein 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 warte warte ja oder ja aber eine richtung mit strg ich schieben ihr habt in diesem test so oft versagt es ist als wert ihr menschen aber wenn das wirklich der fall wäre würdet ihr es immer wieder und wieder versuchen doch menschen bewundern diese eigenschaft hallo hallo peabody der denn da muss peabody und weiteres atlas einer meiner besten tests und die lassen hier pflanzen wachsen unfassbar man kann pflanzen nicht testen wir haben es versucht sie halten alles aus und zeigen wie das schon verkompliziert aus hier unwissenschaftlich was du da sagen erinnert mich an wundervolle dinge was soll wer machen ok klopf ball hatte ja sagt ein knopf ja wenn ich überhaupt richtig ja man kann ich ihn einpacken solange geparkt wir müssen irgendwie die die brücke müssen wir genau darüber darüber bringen ich glaube du musst der games portal einsetzen hier direkt über dir bekomme ich daran was ich weiß erst mal kommt wieder zurück gute frage komme ich zurück naja erstmal hole ich den ball wieder wenn ich weg rollt heute der kleine schlingel hier ist gar nicht wie ich jetzt zurück komme ich kann sterben ja du könntest sterben auf wiedersehen müssen wir erwarten moment jetzt ist ja dann portal weg wir müssen jetzt dafür sorgen dass halt die brücke hier rauskommt dann kannst du den nämlich dann direkt nämlich von ich bin es irgendwie schaffst ja ich kann aber ich bin ich da oben bin muss irgendwie nur noch nicht mein total dagegen dadurch gehen hat man warte moment lass doch mal die brücke durchlaufen wo sie gerade war wo war das bei mir genau jetzt ich bin so klug im dienst der wissenschaft ich bin so klug im dienst der wissenschaften ich bin so klug im dienst der wissenschaften und ich bin so klug im dienst der wissenschaften ich habe gesagt gefühl wir müssen die so system wenden daraus wollen genau deswegen ja warte wie mache ich das ich habe keine ahnung ich mache jetzt hier so eine brücke noch hin bauen aber ich muss irgendwie daran kommen warte mal wenden wenn ich jetzt naja da bauen sich ab also wir brauchen das auf jeden wir müssen auf jeden fall so diese brücke da hinsetzen soweit habe ich auch schon genau wozu weil da ist ja das ja da ist ja da ist ja da ist ja da ist ja da ausgang wir müssen da die brücke ja hinsetzen weil ich gesehen hat heißt irgendwie ja warte mal wie kann man nicht einfach aber wir fühlen wir fliegen hat einfach so weit das geht es geht nicht nicht kannst du dein portal ein bisschen tiefer sitzen ja jetzt muss ein stück höher da ja der portal ist doch nein nein ist das so komisch verteilt er kommt irgendwie so halb nur aus dem portal raus ja bei uns da nicht ab ist ein bisschen weiter mit irgendwie so links also glaube ich vielleicht von der seite das kann nicht sein oder doch ein oder ein guck mal auf ball voll daran ab wenn er gerade ist dann muss auf jeden fall schräg sein ich guck mal er versucht man so da ist es soweit verlinkt ok machen wir mal so die sind ein bisschen schräg aus ja 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 da habe ich so was von ab dann sehe ich jetzt wir müssen ja daran abprallen ja aber ja treffe ich doch nicht machen muss irgendwie gerade sein warum wir nicht mal so schief er war so eine komische perspektive gerade wird total so nach unten ging also ich bin schon mal ja wo ist mein kannst du nicht gehen geht euch da ja und jetzt musst du das irgendwie für mich machen so und nee nee ich musste jetzt genauer genauso machen wie gerade eben ne warte mal müssen wir ja so einen tagen weil du musst ja irgendwie hier in der mitte kommen ja ich muss irgendwie in die mitte kommen ja warte doch nee nee warte mal erst mal mache ich mich jetzt nicht mal nur meine portale jetzt muss ich aber ich komme ja ich kann ja und nicht sehen der warte ich muss da machen ich kann unter mir ja kein portal setzen das muss ich wieder herum springen nee da ist andersrum er muss ja dahinter da muss ja dahinter oder ich habe es geschafft ich habe es geschafft okay da warte war oh gott aber was ich jetzt machen du musst irgendwas machen weil ich kann nix machen weil sonst gehen beide dinge kaputt warte mal mach ein ich sag ja jetzt einfach durch ja ja ich sehe euch und es ist mir egal hervorragend jetzt eine belohnung für den abschluss des tests fordern für einen test zumindest wollten die pflanzen keine belohnung aber wir sind schon wieder bei 29 minuten master wo schon wieder 29 minuten und wir haben jetzt erst mal drei testrohrräume der dritten welt gemacht das geht irgendwie erschreckend schnell irgendwie ich nehme gar nicht wahrscheinlich weil wir so klug sind im dienst der wissenschaft die menschen mit sich zufrieden sind ja gar nicht so viel zeit irgendwie frank streitet ja also mir bekam es auch vor dass das wesentlich länger aufnehmen aber ok dann würde ich sagen wir machen hier einen kleinen schnitt sehen wir uns in der nächsten beim nächsten mal wieder ja auch wieder sehen leute wieder sehen